Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Linux Umsteiger. Für Linux Umsteiger, Linux Einsteiger, Linux Anfänger, wie immer man das nennen möchte. Ja, ich habe schon seit längerer Zeit keine Besprechung mehr von einer Distribution gemacht, denn ich habe mich mehr auf die Linux News konzentriert. Heute habe ich mir gedacht, warum sollen wir uns nicht mal wieder eine Distribution anschauen gemeinsam. Und zwar wird es sich um Zorin OS in der Version 16 handeln. Die ist gerade erschienen und wir werden erstmal schauen, was ist Zorin OS überhaupt. Da schauen wir uns ein bisschen auf der Homepage um und im Blog und so weiter. Dann wird das Ganze installiert und dann schauen wir uns an, wie Zorin OS aussieht. Ja, aber zunächst zur Frage, was ist Zorin OS? Es ist eigentlich ganz einfach. Das ist ein Derivate von Ubuntu, basiert auf der LTS-Version 2004, nutzt letztendlich den Gnome-Desktop, bietet aber da einige Anpassungen an, sodass das Ganze schon sehr individuell letztendlich ist. Die Homepage, die schaut ja schon mal sehr, sehr schön und gut aus. Dann kann man hier zwischen verschiedenen Desktop-Layouts wählen. Die basieren alle auf Gnome letztendlich und mehr oder weniger wird dieser Effekt, den man hier sieht, durch verschiedene Extensions, also Erweiterungen, erzielt. Da könnte man jetzt sagen, okay, kann man selber auch machen. Und dann werden wir uns später nochmal damit beschäftigen. Hier sieht man, wie das Ganze aussieht. Da sind einige recht schöne Bilder hier. Also wie gesagt, die Homepage, die ist sehr ansprechend gemacht. Das gefällt mir gut. Und jetzt schauen wir mal zum Download-Bereich. Also wir befinden uns hier im Download-Bereich. Und da gibt es jetzt mehrere Versionen, die man sich hier herunterladen kann und auch nutzen kann. Ganz oben steht hier Zorin OS 16 Pro, also die Professional-Version. Die ist allerdings kostenpflichtig. Das kostet 39 Euro. Und dieser Betrag ist fix. Das ist nicht so wie bei Elementary OS, wo man dann hier irgendwo einen Nuller eintragen kann oder 10 Euro oder 15 Euro. Das geht hier nicht. Also wenn man sich für die Pro-Version entscheidet, muss man 39 Euro bezahlen. Die steht an oberster Stelle. Wir werden uns nachher noch anschauen, was hier die Unterschiede sind und warum diese Version 39 Euro kostet. Man muss aber für Zorin OS nichts bezahlen. Es gibt auch die sogenannte Core-Version. Die ist, hier steht es ja, Download-Free. Und die basiert natürlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, auf GNOME. Und für etwas ältere Computer oder auch für Leute, die einfach das Ganze ein bisschen sparsamer haben möchten, gibt es auch noch die Lite-Version. Die ist allerdings noch nicht in der 16er-Version momentan da. Wird noch kommen. Momentan 15.3 Lite. Und das benutzt ein XFCE-Desktop. Hier steht, for basic use on low-spec PCs up to 15 years old. Also der PC darf 15 Jahre alt sein und dann läuft Lite immer noch. Auch das ist free. Hier werden dann die verschiedenen Zorin OS-Editionen verglichen. Was ist denn alles drin? Ihr seht hier, LibreOffice Suite ist bei allen drei vorhanden. Ein Advanced Desktop, basierend auf GNOME, ist natürlich nur bei Core und Pro. Bei Lite nicht, denn da haben wir ja das XFCE. Deswegen ist hier bei Core XFCE aber nicht angeklickt. Und da steht jetzt Coming Soon. Das heißt, es wird auch in naher Zukunft eine Lite-Version in der Pro-Variante geben. Also Pro mit XFCE-Desktop. Dann Zorin Connect. Das ist die Software, die ein Phone mit dem Computer verbindet. Es gibt ja KDE Connect und auch GNOME Connect. Und das ist sozusagen die Zorin-Entwicklung. Ist ein Fork von dem Ganzen. Es gibt die Standard-Desktop-Layouts. Die sind bei allen gleich. Und es gibt sogenannte Premium-Desktop-Layouts. Und da seht ihr schon, da sind hier keine Haken. Es ist ein macOS-Layout, ein Windows 11 und ein Windows Classic-Layout und ein Ubuntu-Layout. Das gibt es nur in der Pro-Version. Dann gibt es in der Pro-Version wesentlich mehr Anwendungen, die vorinstalliert sind. Wir haben hier bei der Pro-Version eine ISO-Datei, die knapp 5 GB groß ist. Im Gegensatz zu der normalen Version, die hat, ich habe es mir aufgeschrieben, 2,9 GB. Also fast die Hälfte. Natürlich kann man bei der Core-Version diese ganzen Apps, sofern sie denn in den Paketquellen sind oder über andere Formate erreichbar sind. Da werden wir uns später noch damit beschäftigen. Alle nachinstallierbar. Das heißt, man kann aus der Core-Version auch die Pro-Version machen, was die Apps betrifft. Es gibt zusätzliches Artwork, also zum Beispiel mehr Bildschirmhintergründe. Und bei der Pro-Version gibt es den Zorin Installation Support. Das bedeutet, man bekommt einfach einen Support und ich denke, dafür zahlt man auch dann hauptsächlich. Warum sollte man die Pro-Version nehmen? Das wird von Zorin auch erklärt. Man soll das machen, damit man das Team unterstützt. Die bieten Support und gleichzeitig ist es natürlich so, je mehr Geld in die Kassen von einem Projekt fließt, umso mehr Zeit haben die Leute natürlich, sich mit der ganzen Sache zu beschäftigen. Umso professioneller wird das Ganze, wenn es nicht bloß ein Feierabendprojekt ist. Man sollte vielleicht noch erwähnen, hier Zorin Grid, was sie anbieten. Das ist etwas für den IT-Bereich bei Firmen. Und zwar bietet man da an, dass man also verschiedene Computer vernetzt in einer Firma. Beispielsweise man hat jetzt, sagen wir mal, 10 PCs oder 20 oder 25 oder auch 50 PCs. Und die kann man durch dieses Grid alle gleich gestalten. Also da gibt es diese App, die man da installieren kann. Und wenn man dann zum Beispiel ein Update macht oder neue Software, dann wird das automatisch vernetzt. Und alle PCs in einem Betrieb haben dann dieselbe Version oder dasselbe Aussehen und dieselben Funktionen. Natürlich kann man dann hinterher für verschiedene Arbeitsplätze das Ganze wieder einschränken, filtern und so weiter. Was zum Beispiel Zugangsberechtigungen und so weiter betrifft. Aber zunächst einmal hat dann jeder dasselbe Betriebssystem. Zorin OS hat auch eine Zusammenarbeit mit verschiedenen PC-Herstellern. Es gibt hier zum Beispiel das Starbook, da ist Zorin OS vorinstalliert. Es gibt hier die Klevo-PCs, hier den Laptop, Klevo NL51LU ab 538 Euro. Und da müsste man sich jetzt natürlich die Spezifikationen genau anschauen, denn das gibt es alles in i3, i5, i7 mit verschiedener Arbeitsspeicher, Ausrüstung und natürlich auch was die SSD oder die Festplatte betrifft. Hier das etwas größere Modell noch mit einem größeren Display und das hat dann auch CD, DVD, Blu-Ray drin. Und hier gibt es noch den Mini-PC, der auch in verschiedenen Versionen hier erhältlich ist. Hier steht noch See More Computers from Laptop with Linux. Also es gibt noch mehr Angebote. Ich will es hier mal dabei bewenden lassen. Mir geht es eigentlich darum zu zeigen, dass die letztendlich begriffen haben, dass viele Nutzer einfach ein Linux-System vorinstalliert haben möchten. Gibt es ja schon bei Ubuntu auch, bei Manjaro gibt es das Ganze, auch bei Fedora gibt es das. Es gibt fertige PCs, in denen diese Systeme installiert sind. So, und jetzt sind wir schon mal drin im Live-System. So schaut es aus. Ihr seht schon, und das ist ein Merkmal im Standard zumindest von Soren, es ist unheimlich hell alles. Also sogar der Bildschirmhintergrund ist hier mit Schnee und einem blauen Himmel. Und man kann also jetzt hier SorenOS gleich installieren oder man kann es erstmal ausprobieren. Hier kann man dann, wie üblich bei Ubuntu-Distributionen, die Sprache einstellen. Ich werde es jetzt gleich mal installieren und dann schauen wir mal, was so passiert. Also ich zeige jetzt nicht die ganze Installation. Ich gehe jetzt einfach mal hier diese einzelnen Schritte durch. Und wenn sich was Interessantes rührt, dann zeige ich das. Also hier zum Beispiel das übliche bei Ubuntu, ob man die Updates gleich herunterladen möchte, während man SorenOS installiert. Ob man Third-Party-Software, also Unfrei-Software, Treiber zum Beispiel für WLAN und so weiter, gleich dazu installieren möchte. Das ist angeklickt. Und Don't participate in census, das ist Telemetrie. Das muss man extra abwählen. Hier werden aber keine persönlichen Daten abgefragt, sondern nur die Anzahl der Nutzer. Das möchte Soren einfach wissen. Wenn man da nicht mitmachen möchte, dann muss man das anklicken. Don't participate in the census. Wenn man mitteilen möchte, dass man ein Nutzer ist. Und hier steht Anonymously. Also anonym ist das Ganze. So, gehen wir mal weiter. Also hier, wenn man das Ganze installieren möchte, dann gibt es auch bei SorenOS, weil es ja von Ubuntu kommt, auch die Möglichkeit bei den Advanced Features, dass man LVM benutzen könnte. Oder auch ZFS. Also das ist jetzt für Power-Nutzer, sage ich mal, die sich damit auskennen. Will ich jetzt nicht näher damit beschäftigen. Wir canceln das Ganze und installen auch. Und jetzt geht das Ganze schon los. Continue. So. Name ist drin. Passwort ist drin. Und jetzt geht's los. Und während der hier installiert, kann ich ja kurz mal auf meine Homepage hinweisen. Hier die Seite für Linux-Umsteiger auf linuxumsteiger.net. Hier seht ihr den letzten Beitrag, den ich geschrieben habe über Mathe 1.26, vorher Debian 11 Bullseye. Und da kommen in regelmäßigen Abständen Neuigkeiten über Linux, also linuxumsteiger zusammengeschrieben.net. So, die Installation, die ist fertig, hat im Vergleich zu anderen Distributionen ein bisschen länger gedauert. Und wir sind jetzt schon beim Anmelde-Bildschirm. Passwort ist eingegeben und ihr seht hier, es gibt da unten, wo das Zahnrädchen ist, zwei Möglichkeiten. Die Voreinstellung ist Zorin Desktop, das ist also X.org. Und wenn man Wayland benutzen möchte, dann kann man das hier anklicken. Man kann sich also entscheiden, was man da haben möchte. So, und jetzt sind wir schon drin. Und ihr seht, das ist ein bisschen Multimedia-mäßig. Also das geht natürlich schon in die Zukunft, sieht man bei Linux-Distributionen nicht so oft. Das ist ein Willkommens-Bildschirm. Da kann man natürlich jetzt sagen, das ist bloat, das braucht kein Mensch. Aber das Ganze richtet sich ja letztendlich an Linux-Anfänger, an Umsteiger, an Leute, die von Windows kommen, an Leute, die von macOS kommen. Und die sollen sich gleich mal wohlfühlen. Das ist also die Absicht. Also auch das, was ich jetzt hier sagen werde, ist letztendlich im Hinblick darauf ausgerichtet, ob es sich für Umsteiger eignet. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet, wenn wir hier die Tour starten. Und da werden wir ein bisschen an die Hand genommen. Da wird also gezeigt, was man alles machen kann. Hier zum Beispiel kann man schon mal die verschiedenen Desktop-Umgebungen sich anschauen, die angeboten werden. Wir sind ja in der Core-Version. Und das haben wir ja vorhin schon gesehen. Da gibt es nicht alle Layouts, die es auch in der Pro-Version gibt. Also hier kann man sich dann anschauen, was da fehlt. Also wir können jetzt hier ein ganz normales Gnome-Setup hier machen. Das wäre das da. Und man sieht gleich, was passiert, wenn man das anklickt. Ja. Hier ist also eine Leiste unten. Und jetzt schauen wir mal, was bei der Pro-Version möglich wäre. Kann man das auch anklicken? Ne, das ist jetzt die Homepage. Das hat uns jetzt nichts gebracht. Okay. Ich würde jetzt einfach mal die ganz normale Gnome-Version nehmen. Aber die da. Das ist also hier sehr ähnlich wie Gnome. Hier in der Mitte die Uhr und so weiter. Hier System-Tray und ansonsten ist nichts. Und das lassen wir jetzt mal. Die virtuelle Maschine. Da kann man jetzt die Guest-Editions installieren. Das brauche ich jetzt für Demo-Zwecke nicht. Man kann das Ganze mit Online-Konten verbinden. Schauen wir mal, was da alles drin ist. Google, Nextcloud, Microsoft Flickr, Microsoft Exchange, IMAP, SMTP. Okay. Und gehen wir mal auf Weiter. Was kann man nach? Das wäre jetzt Soaring Connect für die Verbindung mit dem Smartphone. Und man kann jetzt hier gleich mal die Software-App starten, um zu sehen, was da alles drin ist. Ich würde sagen, das machen wir später. Wir drücken jetzt erstmal auf Weiter. Ja, hier steht, dass LibreOffice vorinstalliert ist. Also das ist ja bei den meisten Linux-Distributionen so, dass man aber OnlyOffice hier ganz einfach nachinstallieren kann. Das hat so den OS in den Paketquellen. Ja, was ist der Vorteil von OnlyOffice? Also laut eigener Aussage ist es mit Microsoft kompatibler. Ihr seht das auch hier. DocX ist hier angewählt. Also funktioniert am besten mit DocX. Also ausgelegt auf den Austausch mit Microsoft Office. Hier hingegen bei LibreOffice. Das ist am besten mit ODT, ODS, ODP. Natürlich kann LibreOffice auch die Docs-Elemente und es heißt ja nicht, dass man hier nicht Datenaustausch betreiben kann. Aber OnlyOffice verspricht, dass es eben besser funktioniert, dass man kompatibler ist. Das müssten natürlich Leute ausprobieren, die tatsächlich viel damit machen. Ich habe vor, glaube ich, zwei Jahren mal mir OnlyOffice angeschaut. Aber ich bin da nicht auf dem neuesten Stand und schon gar nicht im Austausch mit Microsoft Office Dokumenten. Insofern, wer da irgendwas weiß darüber und eigene langfristige Erfahrungen gemacht haben, hat vor allem, was auch Fehler betrifft, bitte hier sagen. So, und das war es dann schon. Hier gibt es noch eine Hilfeseite, die man aufrufen kann. Und jetzt kann man dieses ganze Ding schließen. Das können wir auch zumachen. Und hier gibt es noch weitere Einstellungen, hier bei der Appearance. Das haben sie nicht übersetzt, aber wir werden es verstehen. Und wenn wir das hier sehen, also das ist hier die Hintergrundfarbe. Wem das zu hell ist, der kann das Ganze auch mit einem Mausklick dunkel machen. Und dann gibt es hier die Akzentfarben. Damit man das sieht, machen wir hier mal einen File Manager auf. So schaut der File Manager aus, also der Dateimanager. Die Akzentfarbe, das ist hier die Farbe, die gewählt wird, zum Beispiel für die Ordner. Die können wir jetzt grün machen. Hier sehen wir auch, das Ganze ist ein bisschen eingegrünt. Hier ist alles ein bisschen orange. Rot, violett. Oder wer es so mag, das wäre jetzt grau. Ich lasse das mal blau, weil ich eigentlich immer meine Sachen blau habe. Dann die Knöpfe der Titelleiste, sollen die links oder rechts sein. Ja, und hier haben wir den Gelee-Modus. Das sind die Wobbly-Windows. Hier sieht man es. Ja, ist mehr so ein Gag. Wer das mag, okay, der kann sie einschalten. Wer nicht, der lässt es halt einfach. Dann die linke Super-Taste, also die Windows-Taste. Was soll die für eine Funktion erfüllen? Hier ist eingestellt die Aktivitätenübersicht. Und man kann das auch nicht ändern. Wobei es sicherlich bei der Tastaturbelegung das zu ändern ist. Aber ich mag das ja auch, wenn es hier zur Aktivitätenübersicht geht. Und dann die funktionale Ecke der Aktivitätenübersicht. Soll die ein- oder ausgeschaltet werden? Erweiterungen ist momentan nicht anklickbar. Die Arbeitsoberfläche, da kann man jetzt also Desktop-Icons hier dazufügen. Ihr seht hier den persönlichen Ort auf dem Desktop, den Papierkorb. Oder man kann das Ganze generell ausschalten. Dann ist das auch wieder weg. Und man kann das natürlich, wie ich das gerade gemacht habe, und die Symbolgröße, die kann man auch verändern zwischen winzig, klein, standard und groß. Dann mache ich das nochmal an. Dann seht ihr hier, hier wäre das jetzt groß, klein und winzig geht auch. Dann lassen wir es mal auf Standard. Und hier kann man noch die Schriften einstellen. Also der Benutzeroberfläche, Text in Dokumenten, wie das eben so ist. Der dickengleiche Text, also das ist ein Monotext. Das ist Chatbrains hier. Das ist ja ganz was anderes. Und hier klassische Fenstertitel, das ist das da oben. Wenn da die Zehn zu klein ist, der macht es eben mal so. Interbold. Ja, und das war es letztendlich zu den Einstellungen, die man sofort über Willkommensfenster erreicht. Also man startet das das erste Mal und schon kann man so ganz grundsätzliche Einstellungen treffen. Das finde ich wirklich eine gute Sache. So, und hier wird jetzt Dash to Dock eingeblendet. Gut, also ihr seht schon, das ist Gnome. Hier sind die verschiedenen virtuellen Schreibtische, zwischen denen man hin und her schalten kann. Das ist alles wie in Dock. Und jetzt gehen wir mal hier zum Software Center. Und ihr seht, das ist Gnome Software. Da steht wie immer, gehen wir einkaufen, obwohl es gar nichts zum Einkaufen gibt. Das ist nicht so ganz schlüssig. Und hier, sie haben Empfehlungen, sie haben die letzten Veröffentlichungen, also was ganz Neues. Und hier kann man natürlich das Ganze erkunden. Hier werden Aktualisierungen noch angezeigt. Da haben wir jetzt nichts, weil wir das ganz frisch installiert haben. Und man kann sich die installierten Anwendungen anzeigen lassen und die dann der Reihe nach entfernen, wenn man das Ganze nicht braucht. Das finde ich auch natürlich schön, weil man hier auf einen Blick sieht, was möglicherweise für einen selber gar nicht brauchbar ist. Schauen wir uns jetzt mal die Paketquellen an. Dazu suchen wir mal was. Suchen wir mal KadenLive. Und dann schauen wir mal, was uns da angezeigt wird. Hier sehen wir schon, das sind zwei verschiedene KadenLive-Quellen. Das hier ist FlatHub. Und das Ganze gibt es aber auch im Sorin OS-Format. Das wäre das Ubuntu beziehungsweise Debian Debt-Paket. Also das wäre jetzt das Flatpak. Und das hier ist aus dem, hier steht es, Ubuntu Focal Universe. Das ist aus den ganz normalen Paketquellen. Und jetzt kann man natürlich vergleichen, KadenLive ist hier in den Paketquellen mit der Version 4, also 1912.3. Und jetzt schauen wir mal die FlatHub-Version an. Das ist die Version, wo steht das? Hier, 2108. Und man sieht schon hier der Größenunterschied des Pakets. Hier die installierte Größe sind 218 MB. Und hier ist die herunterladende Größe 2,7 MB, wobei man das so nicht vergleichen kann, denn das wird ja erst installiert. Aber dennoch ist anzunehmen, dass hier das letztendlich weniger Platz benötigt. Und hier, diesen 4er kann man natürlich weglassen. Also das ist die Version 1912.3. Und beim anderen war es die 21. Und hier hat man ja über einen Button das ganz normale Paketquellenprogramm erreicht und Flatpak. Und hier ist ja noch ein Button. Und über diesen Button erreicht man jetzt den Snap Store. Das heißt hier, das ist das Snap. Und da haben wir auch die Version 2108.0. Und die Quelle ist Snapcraft. Die heruntergeladene Größe ist 284 MB. Die ist kleiner als beim Flatpak. So, und dann können wir mal schauen. Hier werden jetzt alle angezeigt, wenn man auf diesen Link drückt. Also hier ist die Flatup-Version. Hier ist Snap Store 2108. Snap Store 2108. Das ist Latest Candidate und das ist Latest Stable. Und dann gibt es hier noch eine Beta-Version aus dem Snap Store. Und dann gibt es hier noch Edge. Das ist sozusagen das Rolling Release, das auch im Snap-Format vorhanden ist. Und dann gibt es hier noch aus den normalen Paketquellen. Also da kann man sich jetzt aussuchen, welche Version man haben möchte. Das macht das Ganze natürlich, wenn man denn nichts gegen Snaps und Flatpacks hat, sehr attraktiv. Weil man von ein und derselben Software sich aussuchen kann, welches Format man nutzen möchte. Wenn man sehr konservativ ist und sagt, mir kommen keine Flatpacks oder Snaps ins Haus, dann nimmt man einfach auch dieses Paket da unten. Alles gut. Und wenn man sagt, okay, ich möchte aber die allerneuste Version von Caden Live, dann kann ich mir aussuchen, welche ich hier nehme. Und dann gibt es ja darüber hinaus noch die Möglichkeit bei Ubuntu, dass es auch PPAs gibt, die man dann extern auch noch installieren könnte, wenn man mit dieser Auswahl immer noch nicht zufrieden ist. Gehen wir nochmal zurück zu dem, was alles schon installiert ist. Das sind die üblichen Verdächtigen. Hier ist sogar noch Brasero mit installiert, also das ist ein CD- und DVD-Brennerprogramm, Kalender, Cheese. Was haben wir? Deja Dup zur Datensicherung. Dann haben wir einen Dokumentscanner. Wir haben Evolution für E-Mails. Wir haben GIMP installiert. Da ist es ähnlich. Auch das kann man natürlich in verschiedenen Versionen hier installieren. LibreOffice haben wir schon gesagt. Wir haben Maps. Das ist aber nicht Google Maps, sondern das ist OpenStreetMap. Dann haben wir Fotos und Seahorse zum Verwalten von Passwörter und Schlüsseln. Rhythmbox für die Wiedergabe von Audio-Material. Einen Soundrecorder. Einen Videoplayer. Soren Connect. Und ihr seht schon, das war es dann letztendlich schon. Denn wir kommen hier schon zum Software-Center, Software-Updater, Software und Updates. Und mehr ist es nicht. Da ist noch ein Texteditor drin. Das ist der eigene. Und hier sind noch einige Sachen, die Soren selber eingefügt hat. Ihr seht, das sind Soren, Blue, Light und so weiter. Also viel ist das nicht. Finde ich gut. Ist wesentlich mehr bei Pro. Eine Frage, die bei der Thematik Pro immer gestellt wird momentan. Wie kann man überhaupt updaten oder upgraden? Also wer jetzt Soren 15 hat, der kann nicht direkt upgraden auf Soren 16. Der muss es neu installieren. Es wird in den nächsten Monaten ein Upgrader zur Verfügung gestellt. Und es kursieren momentan im Netz anscheinend Anleitungen, wie man Soren 15 auf Soren 16 upgraden kann. Soren selber weist darauf hin, dass das alles fehlerhaft ist. Nicht machen, was da selbsternannte Experten von sich geben. Irgendwo im Terminal irgendwas eintippen. Soren selber sagt, da zerstört man sich das System. So geht es nicht. Aber das betrifft jetzt alle Soren-Versionen. Ich hatte ja Pro angesprochen. Da ist natürlich die Frage, wisst ihr das mit Pro? Ich habe ja für 15 Pro bezahlt. Und da hieß es aber noch nicht Pro, glaube ich, sondern Ultimate. Und wie ist das jetzt mit dem Upgrade? Muss ich jetzt für 16 Pro wieder bezahlen? Und wenn dann 17 kommt, wieder? Und diese Frage ist anscheinend noch nicht letztendlich beantwortet. Was ich finden konnte, ist, dass man wohl verbilligt irgendwie einen Pfad bekommt, wo man upgraden kann. Kostenlos ist es anscheinend nicht. Ja, bei den Einstellungen ganz klar. Einige Sachen haben wir vorhin schon angeschaut. Hier Hintergrund. Da sind natürlich die ganzen Bildschirm-Hintergründe. Was jetzt bei der Pro-Version anscheinend auch noch ist, das sind eben mehr Hintergründe. Man hat eine größere Auswahl. Dann hier Benachrichtigungen. Hier ist eine Nicht-Stören-Funktion eingebaut. Oder ob man Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm haben möchte oder nicht. Und so weiter. Dann kann man hier die Suche letztendlich konfigurieren. Was soll denn alles gefunden werden, wenn man hier in die Suche geht? Spezielle Sachen zu Anwendungen der Datenschutz und das Audio-Energie. Ja, das ist letztendlich alles nichts Neues. Das ist das, was in GNOME ebenso drin ist. Also GNOME Tweaks, wer das sucht, das fehlt hier leider. Ja, viele können ja auch unter GNOME, ich auch, muss ich zugeben, nicht auf GNOME Tweaks verzichten. Und dann hat man eben auch den Zugang zu den ganzen Erweiterungen, die es für GNOME gibt. Und kann die gut konfigurieren und einbauen. GNOME Tweaks muss man also hier auch nachinstallieren. Ja, als abschließendes Wort. Was kann ich dazu sagen? Also ich finde, im Hinblick auf die Anwendung für Einsteiger, für Umsteiger, für Leute, die von Windows kommen, finde ich das Ganze gut. Bei der Pro-Version sind noch einige Layouts mehr, die vor allem wahrscheinlich für die Umsteiger interessant sind. Also zum Beispiel das Windows 11 Ding oder auch das Mac OS. Das kann man sich selber natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, zusammenbasteln. Es ist ja kein Hexenwerk, hier irgendwo unten ein Dock zu machen, sodass es ausschaut wie Mac OS. Also vom Styling her kann man das natürlich gestalten. Was recht schön ist bei der Core-Version, das ist schlank. Es ist nicht allzu viel Software installiert. Man hat die Auswahl zwischen drei verschiedenen Formaten, was die Paketquellen betrifft. Und ich finde es letztendlich schon eine ganz schöne Sache. So, das war's. Sorry, Noes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bleibt gesund. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!